Es gehört. Die Vorbereitungen für das Weltmeisterschaftsturnier sind mustergültig. Für die peso-starken Touristen ist ebenso gesorgt wie für die deutsche Mannschaft. Der Leiter der Militärschule, in der unser Aufgebot wohnt, freut sich sehr über seine Gäste. Die Leitung der chilenischen Militärschule hat die Ehre, die deutsche Mannschaft hier zu haben und wir wünschen, dass wir das Weltmeisterschaftsturnier sind.